Hallo, mein Name ist Natascha. Dann bin ich nach Hause und habe auf die Natascha gewartet. Dann habe ich angerufen im Hort und die haben gesagt, sie war heute gar nicht im Hort. Ich wurde in eine Decke gewickelt und dann in den Keller runtergetragen. Kommt es ungefähr hin? Ja, das kommt sehr hin. Er hat telefoniert und das Gartentor war offen. Ich hatte erwartet, in eine Welt hinauszutreten, voller Verständnis. Aber das war nicht der Fall. Und da sind halt die ganzen abstrusen und verschiedenen Gerüchte entstanden. Am Ende wurde Natascha Kampusch ein zweites Mal zum Opfer. Wie konnten Sie das überleben? Das frage ich mich manchmal auch. Wir haben über alles gesprochen. Ja, aber dann war es auch ein langer Prozess, dass Sie mir vertraut haben eigentlich. Nein, wir vertrauen Ihnen doch jetzt auch noch nicht. Ja. Ja. Die Schüche. Danke. 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 Danke.